ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mitten im leben dem rp-projekt auf münsterland tv im ls 19 schön dass du dabei seid wir müssen zu feld 105 und 114 oder so was das haben wir gepachtet hier sind baumdinger und da müssen wir jetzt mal schauen und hat 504 genau über das jetzt eingeholt bekommen also erst dann müssen wir schwadern ok sieht gut aus so können wir das machen wenn man los läuft hier scheint schon ein bisschen mehr zu sein hier werden wir es ein bisschen anders machen versuche ich das jetzt mal bei außen so machen also wirklich fahren und dann zu versuchen hier so viel wie möglich außen einmal wegzunehmen ja ich schule die bumi die schule gas ja es wird so sein dass wahrscheinlich morgen keine folge kommt und daher sie ist uns nach dann warum ist schlecht warum ist ganz schlecht weitergehen sehr schön so ok so so ok clouds wir sind bei den schwadern das haben wir einkaufen müssen den anderen kaufen weil sobald wir den hochnehmen ist es besser weil sich dann die räder nicht mehr drehen die drehen sich ja durch die bewegung sehr schön richtige feldarbeit hier so da söh da söh da doch aber das war die breiteste genau die 114 ist gar nicht so breit sehen wir ja unten auf der mini-map trecker ist gut ausgeschaltet mit gps und alles sagt wie kann man Jetzt gibt er gar nichts hier Oh, das geht falsch So Maschine annäher Zack 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 es ging enger hier noch zu viel wald aber habt ihr gehört zu viel grün grüne im amt und los geht's nicht weg nämlich dafür kommen wir ganz gut so meine stück noch aber hier drum herum aber ich hoffe der bauer dem das feld gehört er sieht das nicht da können wir da setzt man wieder an umdrehen ich glaube wir können durchziehen nach vorne sehr schön ja gefällt mir so gefällt mir sehr gut wir kommen gut voran zwar nicht finanziell aber noch geht es uns nicht ganz so schlecht hier nehme ich wahrscheinlich drüben das mit mir passt sehr schön so wieder am ende mal gucken ich weiß es noch nicht wenn da ist ja eh die letzte folge erst mal ist hier auf out of ich weiß nicht was das schon hier ist ihr könnt es mir gerne in die kommentare schreiben würdet ihr ballen pressen oder würdet ihr mit dem hofsilo das selieren dann Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Ach ja, wenig RP heute, ich weiß. Aber was wir immer machen, wir sind auf dem Feld, wir haben ein bisschen im Funk, jetzt die ganze Zeit zu funken ist ein bisschen unrealistisch, von daher seht es uns nach. Ich will es auch nicht zu sehr auf der Wiese rumfahren. Ach ja. So, heute nochmal unter 20 Minuten, ich weiß, aber es passiert auch nicht viel. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, hier bei Mitten im Leben. Seid gespannt, wie es weitergeht, was uns noch passiert und wie gesagt, wenn jemand wirklich Interesse hat an einem RP-Projekt, also so ein bisschen RP hier, Landwirtschafts-Dimulator mitzuspielen und über 18 Jahre ist, bitte bewerbt euch gerne, wir würden uns freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Folgen. Wie gesagt, Samstag keine, wir hoffen Sonntag. Bis dahin, alles Gute, euer Steffen. Ciao.